Okay, so eine Würgetechnik, das kann recht mühsam sein. Es gibt ganz viele Lösungen aus dieser Situation heraus. Eine davon möchte ich dir jetzt zeigen. So, er hat beide Erme blockiert, er kann gar nichts mehr machen mit seinen Ermen. Ich tauche unter seinem Arm durch und komme gleich wieder hoch. Beide Erme sind noch blockiert. Ich gehe hinein, blockiere seine Erme und drehe. So wird aus dieser Würgetechnik eine Hebeltechnik gegen ihn. So kann sich das Blatt wenden. Wenn du auch willst, dass sich das Blatt wendet, du weisst wo. Ich hoffe es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link fürs E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren und natürlich die Glocke nicht vergessen.